Hallo und herzlich willkommen bei GTA 5 Online und heute spielen wir Blast in Standing RPG for the Jasons. Und ich bin jetzt bei der ganzen Clowns da. Das ist mir auch völlig gelackert. Guck mal wie die aussehen, Alter. Einer da mit dem... Guck mal der... Da hab ich mal ein T-Shirt gehabt links. Mit der Unterhose an. Military Friends. Geil, guck mal die ganze Clowns an, Alter. Die ganze Bande da, Alter. Hammer, oder? So, da müssen wir ja richtig knallen. Last in Standing Runde 1. Ja, da wird auch richtig Gas gehört hier. Wir müssen die alle abschießen. Das wird ja richtig geil sein. Ja, geil, 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 geil. Haben wir alle Waffen hier irgendwie. Wo sind die da? Guck mal an, die müssen abschießen da. Schieß an! Alter, Alter, weg! Alter, ich bin schon kaputt! Ich bin schon kaputt! Die haben mich schon kaputt gefahren, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Alter Schwede, ey. Guck mal die anderen an. Ja, das kannst du vergessen. Der ist auch schon tot. Innerhalb einer Minute. Das ist... Das ist richtig geil. So, wir gehen schön in die nächste Runde. Ja, geil. So. Die nächste Runde. Jetzt müssen wir fahren, glaube ich, in den Wagen. Da geht mir aber richtig Gas. Hahaha. So, da gehen wir. So, da sind wir jetzt im Auto da. Da müssen die alle kaputt fahren, die Vögel da. Ja, da sind wir hier. Schöner Wagen, ey. Guck mal, ey. Guck mal die Wagen an, grün. Braun. So. So, da gehen wir rein. Wir haben sechs Minuten Zeit. So. So, Vollgas, meine Freunde. Und da sind die schon da. Da sind die schon da. Aufpassen, dass wir nicht hier abgeschossen werden. Alter! Haha. So, da gehen wir mal wieder Gas. Wir müssen immer nach oben. Alter! Nee! Nee! Haha! So, wir müssen auch wieder neu versuchen. Alter! So, da gehen wir wieder. Vollgas, meine Freunde. Alter! Die haben ja alle noch geschafft. Alter! Hohoho! So, da müssen wir wieder neu versuchen. Das ist ja ganz schwierig, oder? Wir schießen da irgendwie. Oh! Alter! Nee, 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 nee. Alter! Ach, geil! Alter! Alter! Geil! Alter, nein! Wir haben jetzt Gas geben, wir müssen weg. Wir werden abgeschossen. wir haben schon eine folge wird gemacht jetzt wird sich schwierig weil es ja keiner gar nicht man das ist schwierig jetzt werde ich abgeknallt ich habe noch viele lüge wir gehen wieder gas meine freunde richtig heftig oder so jetzt mal ruhig machen nicht zu schnell nicht geschafft ich muss noch mal ausprobieren ich will nicht zu schnell fahren das ist der problem deswegen gebe ich nicht so viel gas aber jetzt gebe ich vollgas meine freunde nicht geschafft ist das schwierig die leute ja geil geil kommt so dass es einer ich hätte versucht ich bin glaube ich als einzige drauf gekommen das kann doch nicht sein oder man guck mal die anderen an die anderen muss auch da irgendwie der versuchte jetzt auch mal die gruppe mal die andere immer andere eben da macht und kann das hier ist schon weg so kann man schön was machen okay was macht er jetzt ja mach mal wieder eine scheiße da ist die im standing aber schon mal hier schon die fahre wechseln mal wir haben eine runde verloren ich glaube auf der mitschule oder eine runde verloren aber wir müssen noch mal versuchen die anderen haben so alles kaputt geschossen so dann versuchen wir jetzt mal jetzt sind wir wieder auf dem container glaube ich aber wir versuchen jetzt alles abzuknallen meine freunde das muss gehen oder muss auf jeden fall gehen so da gehen wir ah geil guck mal last im ständig schöne fall dahinter da haben wir jetzt haben die raketen so ein schönes sammeln hier weil sie eine kaputte oder muss ich jetzt mal ein bisschen versammeln alter schilder haben wir nicht geschafft ja jetzt ist ein bisschen schwierig jetzt sind nur zwei leute da ist er alleine oder was ja geil das ist schon weg abgeschossen ja der ist auch kaputt das heißt wir haben den match verloren die sind richtig gut die runde verloren also haben wir noch eine runde noch geiler wusste das gar nicht ja dann wird er ganz schwer glaube ich so dann können wir nochmal eine runde machen alter hat eine runde wir müssen auch richtig aufpassen aber richtig schön knallen ich glaube jetzt sind wir wieder im auto naja ja 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 komm loading wir wollen mal schnell spielen naja da sind wir wieder runde 4 schon ja da haben wir die fresse da ist er da da ist er da Hau mal die Frösse da! Mann, 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 Mann. Wir gehen muss auch gar richtig kaputt fahren, die Assis. Schwerer wird nicht geschafft. So, dann geben wir wieder Gas. So, dann geben wir wieder Vollgas, meine Freunde. Muss ich jetzt Vollgas geben? Weil das ist immer zu langsam gewesen. Alter! Fast geschafft, meine Freunde! Geil, oder? So, dann geben wir wieder Gas. Oh, dann geben wir wieder Vollgas, meine Freunde. Wir müssen das schaffen. Alter! Ey, leider nicht. Fuck, ey, wir kriegen die nicht tot! Irgendwie sind die ganzen behindert. Wir sind ganze Loops, irgendwie. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, dann geben wir wieder Gas. Alter! Hahahaha! Da hab ich schon einer kaputt gefahren, oder nicht? Da kommt doch keine Hochtafel. Ich steh da wieder nicht. Mann, ey! Geil, jetzt muss man Gas geben, meine Freunde. Jetzt geben wir Gas. Ja, geil! Hahaha! Ihr habt's geschafft! Ihr habt's geschafft! Ihr habt mich getötet! Geil! Ja, die haben die Runde wieder gewonnen. Das war richtig geil. Die haben wir schön abgefangen da. Ja, geil! Hab ich schon mal schön gemacht. So, dann gehen wir in die nächste Runde. Aber wie viele Runden machen wir eigentlich? Ich hab keine Ahnung. So, da gehen wir wieder. Aber du musst nicht zu weit wegfallen. Äh... Nicht voll Gas, da kommst du auch schon drauf. Jetzt sind wir wieder oben. Wir haben, glaub ich, nur Pistolen. Ah! Äh... Ihr müsst richtig aufpassen. Ich glaub, da müssen wir in der Ecke stehen. Wie viele Runden sind wir jetzt? Ja, geil! So, dann gehen wir schön da hin. Geil, geil! Schön laden! Alter! Wie kommt die ja... Wie... Wie kann der denn? Alter! Wann hab ich den gemacht? Wann loop, ey! Bin ich gestorben! Fuck! Wie kommt einmal... Einmal alle drauf! Wann kannst du nix mehr machen, ey! Wann bin ich doch doof, ey! Wann mach ich denn da? Ja, der Blauen muss dann noch alleine machen. Fuck, meine Scheiße! Ich hab' die ja wieder gemacht. Ja, die schafft man eh nicht. Ah, die schafft auch nicht. Ah, leider haben wir's nicht geschafft, ey! Die hatten fünf Minuten, aber... Ja, der ist schon weg. Das war's! Der ist schon tot. Der war ganz schnell. Aber ihr Team ist richtig gut, muss ich sagen. Ja, wir haben dann verloren! Ah, Mann, ey! Äh! Der war so geil, ey! Aber ja, wir haben irgendwie... 9.000 Dollar gewonnen. So, ich hoffe, ihr habt's gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns zum nächsten Mal auf 8.05. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal! Bye-bye!